Lesen am Kamin ist doch was Feines, denkt Christoph. Aber irgendwie fehlt da noch was. Das Holz im Kamin knistert gar nicht. Das gehört doch dazu. Da fehlt doch was. Wer kann da helfen? Wer kennt sich da aus? Förster Schreibweiß, der hat doch ständig mit Holz zu tun. Aber leider, bei dem knistert das Feuer auch nicht. Das ist Buchenholz, mein Förster Schreibweiß. Das knackt und knistert nicht. Eine Buche, so sieht sie aus. Gut zu erkennen an der glatten Rinde. So sehen die Blätter aus. Und so die Früchte. Vielleicht mal ein anderes Holz ausprobieren. Wie wärs? Mit Eiche? So sieht eine Eiche aus. Ganz raue Rinde hat die. Das sind Eichenblätter, ganz klar. Und das die Früchte, die Eicheln. Mal sehen, ob Eichenholz knistert. Ein Stück Eiche ins Feuer? Und? Nee, da knistert nichts. Also, Eichenholz, Fehlanzeige, was das Knistern angeht. Wie sieht's aus mit Birke? So sehen Birken aus. Leicht zu erkennen an der weißen Rinde. Das sind die Birkenblätter. Die Troddeln da, das sind die Früchte. Da sind die Samen drin. Aber knistern? Knistern tut auch Birkenholz nicht. Das waren jetzt alles Laubbäume. Vielleicht versuchen wir's mal mit einem Nadelbaum. Fichte zum Beispiel. So sehen Fichten im Wald aus. Das ist ihre Rinde. Die Nadeln. Und die Früchte. Fichtenzapfen. Mal gucken, ob das mit dem Knistern beim Fichtenholz besser klappt. Noch tut sich nichts. Da. Da fängt's an zu knistern. Richtig kleine Funken sprühen daraus. Das ist schon mal ganz gut. Aber fast das Schreibweiß hat noch eine andere Idee. Lerche. Auch ein Nadelbaum. Die Lerche ist der einzige Nadelbaum, der im Winter seine Nadeln abwirft. So sieht die Rinde aus. Ziemlich schuppig. Und so die Nadeln. Hier schon herbstlich verfärbt. Das sind die Zapfen. Die Früchte der Lerche. Und ihr Holz knistert im Feuer wie wild. So muss ich das anhören, findet Christoph. Und es wird ganz schön heiß dabei. Auch Mila findet Lerche am interessantesten. Also, Lerchenholz ist das, was am besten knistert. Da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Warum ist das so? Förster Schreibweiß schlägt vor, ein Stück Lerche und ein Stück Buchenholz, bei dem's ja nicht knistert, mitzunehmen und genauer anzugucken. Mila kommt auch mit. Wohin? In die Forstschreinerei. Zu Herrn Hoffmann. Da gibt's jede Menge Werkzeuge und Maschinen. Mit der Bandsäge kann man von der Lerche eine Scheibe absägen. Da sind dann sehr gut die Jahresringe zu sehen. Und wie sieht's bei der Buche aus? Viel weniger deutliche Jahresringe. Mal genauer gucken. Hier ist der Unterschied ganz deutlich. Wenn das Holz der Lerche im Sommer schnell wächst, ist das Holz hell. Im Winter wird der dunkle Jahresring gebildet. Da wächst der Baum langsamer. Die Buche scheint viel gleichmäßiger zu wachsen. Im Lerchenholz sind auch Risse zu sehen. Die sind vom Trocknen. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass im hellen Holz ganz viele kleine Löcher sind. Buchenholz ist viel dichter. So ist Lerchenholz auch viel leichter und weicher als Buche. Was das mit Knistern zu tun hat, kann Dr. Kremer am Mikroskop zeigen. Er hat ein ganz dünnes Stück Lerchenholz mit der Rasierklinge abgeschnitten. Und wenn er das unter dem Mikroskop anguckt, sind da von oben Löcher zu erkennen. Im Holz sind das lange Röhren. Da drin werden im Baum Wasser und Nährstoffe transportiert. Das sind die Löcher, die wir schon gesehen haben. Bei der Buche gibt es mit bloßem Auge keine Löcher. Aber unter dem Mikroskop kann man sie sehen, wenn man mehr vergrößert. Wenn man sie von der Seite anguckt, sieht man sie, die langen Röhren oder Kanäle. Die gibt es auch im Lerchenholz. Aber da ist etwas anders. An manchen Stellen sind die Kanäle verstopft. Da geht es nicht weiter. Und wenn beim Verbrennen Wasser oder Harz im Holz verdampft, dann kommt das Gas, das dann entsteht, nicht raus. Wenn man Brausepulver mit Wasser vermischt, wird auch Gas frei. Und wenn da das Gas nicht weg kann, dann ... ... dann ... ... Salz. Und das Holzknistern ist ja nichts anderes als viele kleine Explosionen, weil das Gas im Holz nicht anders raus kann. Für seinen Kamin hat Förster Schreibweis dem Christoph da noch Holz mitgegeben. Lerchenholz fürs Knistern, klar. Weil es aber erstens nicht so viel Lerchenholz gibt und das auch zu heiß verbrennt, auch noch Buchenholz. Das brennt schön lang. So viel, wie Christoph tragen kann. Tschüss. Zu Hause hat Christoph erst mal seinen Kamin mit Lerchenholz bestückt. Wegen des Knisterns. Na klar. Und dann? Was macht er denn jetzt? Kopfhörer? Ah. Er nimmt das Knistern auf. Eine ganze Weile lang. Dann hat er vom guten Buchenholz aufgelegt, das ja leider nicht knistert. Und fürs Knistern hat sich Christoph eine CD gebrannt und die in seine Stereoanlagen reingeschoben. So hat er dann beides. Lang wärmendes Kaminfeuer und gleichzeitig stimmungsvolles Knistern. Das ist doch jetzt wirklich gemütlich, oder? Das war's. Das war's. Das war's.